Wir haben die entsprechenden Aufkleber dort auf dem Motor, wie man sieht, dort wieder versehen. Wir waren uns aber noch uneich über die Besetzung der Aufkleber auf dem Heckblech und ich hoffe, dass auch mit dem Film da vielleicht noch mal die eine oder andere Aufklärung dort kommt. Das Thema ist ja in allen Foren und an allen Sachen dort weit, weit, weit diskutiert worden. Aber letztendlich bietet auch Bedienungsanleitungen oder auch sämtliche Reparatur-Lead-Fäden keine Antwort, wie die Position der Aufkleber ist und deswegen haben wir erst mal darauf verzichtet, die Aufkleber zu setzen, um auch diese Frage noch mal zu beantworten. Also wie gesagt, bei dem 65er kann Ihnen die Porsche 912 Group helfen. Einfach mal anmelden, 912 Register Germany, das kostet nichts. Und da haben wir ganz viele Technik-Tipps und auch ein Originalfoto eines Original 65er Motorraums. Da sind wir also sehr sicher, dass das passt. Gut, ich bedanke mich erst mal. Wenn du mal an mir auf sms. aufBS 3 und nach Deal 10000. Joetje an w g Bis zum nächsten Mal.